Im Buddy-System geht es darum, dass du bewusst über deine großen Erfolge sprechen darfst und einen Gegenüber hast, der genau daran auch interessiert ist, weil es ihn motiviert, weil es ihn weiterbringt. Also die erste Phase, was war dein Highlight, was waren deine Highlights in der vergangenen Woche? Danach geht es direkt in die Phase 2 und das sind die Baustellen. Stellt euch gegenseitig die Frage, was sind deine aktuellen Baustellen oder vielleicht sogar, was ist deine aktuelle Baustelle? Was ist dein großer Punkt, an dem du im Moment vielleicht nicht weiterkommst? Was ist liegen geblieben und aus welchen Gründen? Und vielleicht kann dir dein Buddy aus seinem Blickwinkel heraus 2-3 Impulse geben, die dich wiederum bei dieser Baustelle weiterbringen. Der letzte Teil, was dann auch der Abschluss des Telefonates ist, ist, dass du für die nächste Woche deinem Buddy deine Ziele mitteilst. Das heißt, ein starkes Commitment.